Oh, die macht jetzt ein Ei zu einem schwarzen Ei. So kriegt man nämlich auch diese Tühnchen. Bei der war ich doch zu Hause. Wie schön. 43.000, wenn wir um sind, kriegen wir das so bald nicht noch mal. Ja, wir müssen da echt neu empfangen. Vor allem musst du dir dann angewöhnen, dass wir da nicht mehr sparen. Weißt du was, ich schmeiße jetzt die Kohle raus. Wollen wir wetten, dass ich dieses Geld innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit mit wenigen Gegenständen sehr schnell minimieren kann. Ich dachte, du wolltest in Hoffnung auch mal nochmal weiterspielen. Ja, ja. Ich habe beschlossen, nochmal Statuen des Glücks zu holen. Die können uns nämlich rein zufällig auch Iridium-Wachen geben. Und du weißt ja, was man mit Iridium alles machen kann. Ja. Also alles kann man mit Iridium machen. Könnte man. Unsere Kleine ist erstaunlich ruhig. Meinst du unser Kind? Ja. Der guckt mal nach auf den Monitor, ob der Raumfahrt interessant ist. Alles gut. Deswegen sage ich, die ist erstaunlich ruhig. Obwohl, die hat heute ja nun wirklich jede Stunde getrunken. Also, ich habe schon gedacht, die hat gar nicht mehr aufzutrinken. Um ehrlich zu sein. Das war dann echt schon merkwürdig. Was nehme ich denn hier? Ich finde die Idee cool, dass es jetzt auch einen Dünger gibt. Ich würde mich ja bei dem Entwickler bedanken. Aber das ist eine echt gute Idee. Daher kann man die wilden Bäume viel, viel schneller wachsen lassen. Wenn man dringend Holz braucht, ist das natürlich super, wenn es geht. Okay, die gehen schon mal nicht. Dann die nächsten, ja. So, ich wollte schon sagen, ja. Woher besteht denn der neue Dünger? Süßkartoffen kann man auch nicht da reinpacken. Ah, nur ein Stein. Nee, auch nicht. Winterbrotzen kann man auch nicht. Äh, ja. Das ist ein bisschen schwierig hier anzubauen, wenn die nicht annehmen wollen, ja? Ja, warum machst du denn nicht das wertvolle Zeug darin? Ja, ich leere gerade echt das Inventar. Ja, aber wir müssen ja wieder Winterwurzeln drin machen. Das geht ja alles nicht. Nee, das sind doch alle billig Früchte. Die kannst du alle verkaufen im... Die brauchst du nicht wirklich... Nein, die beiden auch verkaufen. Ja, aber nicht als Wein. Die kannst du so verkaufen. Nee, die kann man ja nicht einfach zum Wein umwandeln. Oh, schmeißt du einfach in die Shipping-Bin. In die Verkaufskiste. Und die blauen Früchte. Von denen kriegen wir viel mehr Geld. Weißt du, die wertvollen Ancient-Fruits. Mit Blau werden brauchst du ja nicht mehr anzukommen. Das lohnt sich nicht. Da kriegst du nur ein ganz, ganz bisschen, weil die Früchte, die werden dreimal so viel wert. Aber die Früchte sind nicht so viel wert, wenn du sie aus der Fruchthole holst. Das ist für den Anfang ganz schön, aber noch mal Zeit. Ist das ein bisschen lame, würde der moderne Player sagen. Das ist einfach zu wenig. Es bringt nicht genug Geld. Richtig. Du bist Profit-orientiert. Richtig. Du bist Geld-geil. Nicht richtig. Dann bist du anders-geil. Was? Ja, sie hört mir ja zu. Was hast du für Probleme, bitteschön? Sie hört mir doch noch zu. Dann werden die Früchte ja doch mal ein bisschen ja. Endlich mal. Habt schon gedacht, da staut sich alles drin an. Okay, da ist noch eine Einzige, die noch nicht... Sind noch ein paar. Guck mal auf unser Kontostand. Die können alle verkauft werden hier. Guck mal auf unser Kontostand. Boah, gib nicht alles aus. Hey! Was machst du denn? Ich hab drei Gegenstände gekauft, was willst du denn? Was machst du denn da? Wo ist denn das von Millionen hin? Wo sind Millionen? Ja, deswegen ja. Was sind drei Millionen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab' gesagt, ich kann ganz schnell... Seht ihr? Das kommt davon... Wenn man heiratet. Nicht nur, wenn man heiratet, wenn man im Casino arbeitet. Äh, wenn man mal ins Casino geht. Ich habe davon was geholt, was uns auf Dauer was nützt. Guck mal her, ich zeig dir, was ich gekauft hab. Ach, Mensch ey. Aus Frust muss ich erst mal was gekaufen. Ja, ich schau's mir gleich an. Die Statuen des Glücks hab' ich gekauft. Ich schau's mir gleich an. Die bringen uns Knie da. Oh Mann, die Frau. Die bringen uns jetzt jeden Tag Gegenstände. Manchmal auch Iridium-Bahn. Wollen wir einmal schlafen? Musst du testen? Dann lassen wir erst mal kurz Zeug hier verkaufen. Aber ich muss eine Million wieder aufholen, die du rausgeschmissen hast. Du wirst sehen, dass das ich überhaupt was ich gemacht hab. Das machen normalerweise nur Frauen, die sich scheiden lassen wollen, damit sie das Geld nicht teilen müssen. Und den Mann noch eine ausbüchen wollen. Mist, du hast meinen Plan erkund. Wenn wir umziehen, kann es sein, dass wir geschieden sind. Habe ich das Gefühl. Das ist doch mal eine Idee. Wir können ja mal versuchen, ob man hier noch jemand anderes selber gut kann. Ja, bestimmt. Bestimmt. So, jetzt mal kurz hier. Wir können gleich in der Nacht drüber schlafen. Und dann kann es ja weitergehen hier. So. Erstmal will ich die ganze Müll hier rausschmeißen. 50.000 für die Scheidung. Krass. Die wollen wirklich, dass er hier mit dem anderen zusammenbleibt. Wenn man vor, man hat das Geld nicht, dann ist man gezwungen, mit dieser Kreatur des Bösen verheiratet zu bleiben. Das einzige Vorteil ist, man... Nein, nicht mit dir. So, die Scheidungspapiere wurden ausgefüllt. Echt jetzt? Der Ehepartner wird das bis morgen früh nicht wissen. Solltest du dich umentscheiden, komm zurück, bevor die Nacht endet. Ja, aus Spaß. Wird das mit uns ein Kind? Keine Ahnung. Hätte ich noch nie. Oh, Ninosville Müll rausfischen. Was die Scheidung mehr und die Röden. Wenn wir tausend Stück stellen sammeln, wenn wir unziehen sind, was sowieso erschienen. Macht dann einige nicht so machen. Robin möchte, dass wir tausend Stellen sammeln. Wollen wir das machen? Ihr habt jetzt einfach ja gesagt. Sammeln. Tausend Steine. Du kannst jetzt ein paar Bomben. Also zwölf Steine habe ich immer hier. Ne, wir sollen die jetzt sammeln. Die Counter zählt jetzt mit. Du gehst von tausend. Wir geh jetzt in die Mine, holen ein paar Bomben. Du kannst ja aus den Kisten ein paar Bomben holen. Da gehst du einfach in die ganz normale Mine und sprengst alle weg, was du kriegen kannst. Mein Pferd hat übrigens selber zurückgefunden. Über Nacht. Ja. Hab ich mir schon fast gedacht. Ähm. Bombe. Bombe. Du brauchst ganz viele. Wir haben viele. Noch eine Bombe. Kannst alle. Ja, bin ich doch. Okay. Ich bin so bombenscharf hier. Ich bin echt Megabomber. In die Mine, ja? Ja, ist egal, wo der hier ist. Such dir was aus. Mine. Okay. Ähm. Ist ja egal. Level 5. Nehm ich alles mit. Ähm. Bei uns. Hier leuchtet irgendwas auf. Robins Rausch. 17. Okay. Okay. Gut. Dann arbeite ich mich mal von hinten auf vorne durch hier. Eine kaputte Karotte. So, irgendwo muss ja mal die Treppe steigen hier genau. Diese ganz großen Steine geben immer 10. Kleine. Das lohnt sich die abzubauen. Ja, ich weiß. Ich bin gerade dabei, genug Steine zu finden. So bombenscharf wie ich hier bin. Dann gehe ich jetzt mal eine Etasche tiefer. Und dann gehe ich jetzt mal eine Etasche tiefer. Ich glaube, ich habe hier irgendeine komische Kreatur irgendwie geweckt. Ach, das war keine Ahnung, irgendetwas. Und wie viele Steine haben wir bisher? Weiß ich nicht, ich sammle gerade. Nur noch 10. Ja, noch nicht. Noch nicht zurückgehen. Nö, noch nicht. Mach mal da eine große Bombe oder leg gleich mehrere. Ich dachte eigentlich, hier sind viele, aber... Sind so wenig Steine hier drin. Das war schon fast lächerlich. So. So. Und wie viele Bilder haben? Immer noch 1000. Jetzt sammle, frag nicht. Wow. Ich habe eine Schriftrolle gefunden. Oh, wir müssen zurück schnell. Es ist vielleicht um 2. Okay. Dann ab nach Haus, ja? Keine Ahnung, ob wir das schaffen können. In welcher Ebene warst du, wo so viele Steine waren? 7 oder 8. Ab ins Bett. Echt? Ebene 7 oder 8 noch? Mhm.